hallo ihre lieben guten tag ihr lieben zuschauer und zuschauerinnen herzlich kommt auf meinen youtube-kanal in deiner chance auf der suche nach neuen abenteuren mein der mensch ist als könig bekannt als in deiner chance der amerika der justis könig damen darin youtuber aus witzburg ja und heute ist ein donnerstag der gründer an den dach denkt man an unseren herrn der damals kreuzig der uns sein letztes badmann hatte an den jesus aber heute habe ich gearbeitet frischig von 6 bis 14 uhr und habe danach gearbeitet beim motor fix hier wo ich bin in reichenberg mein sitz von quad geholt weil der hatten wir und mein setz also der quad setz war jetzt der quad mein bumbaby transformer sportquartz zuzug geertet 400 baujahr 2007 ja baujahr 2007 hat dann ein paar teilen an der stellen verschleicht hat also braucht ein neues leder und heute ist es schwer was bekommen ein termin viele sind ausgebucht ausmachen ja das machen polsterer ausgebucht muss drei monate warten so katein gebrunnen nix kein termin möglich aber der von der motor fix hat gesagt gar nachts kreuzig drum und naja eine woche oder zwei wochen später habe ich mein sitz geholt also heute jetzt mein sitz geholt fertig der vor war noch blau jetzt haben wir einen wunderschönen carbon look besser passen zum quad der motor fix ist nicht der wenn man quad hier was macht tüv macht und tun deswegen kennt er ihn deswegen weiß er ihn und die machen halt quads motorräder mopeds alles ja sehr gute quad motorrad roller rechts hat hier in reichenberg und verkauft hier sogar noch gebrauchte rollers oder so oder quads oder neue müssen wir vorbeigucken ich habe nach der arbeit wie ihr seht geregnet hat voll geregnet hat voll geregnet sonne geschieht es hat von stark geregnet hat stark geregnet wo ich von reichenberg runtergekommen bin von der bei hier schloss da hat stark geregnet und da unten angekommen bin hat es dann leicht geregnet aber von steuern und jetzt scheint die sonder wieder jedenfalls könnt ihr jetzt den sitz von quad sehen also erstmal kommt das video wie das ding ausgeschaut hat wo es kaputt war und wie runter ist over and out so das ist der sitz von quad da muss alles gebracht werden da war hier seitlich racher gut hier nicht hier treffens von seitlich das quad ist noch von 2007 da ist halt das ding ja das macht das deiner das ist der sitz von quad so schaut das ding aus muss noch gemacht werden also das leder drauf kaputt leder und das hier dann sitzt kaputt leder drauf und das hier dann sitzt kaputt leder drauf extra gut gemacht ist von tuning treffen und hier so das war echt vorsichtig sein gut keine mackerein bekommen nix passt doch zum tuning treffen oder ha 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 carbon mach ich es hat echt gut gemacht gute wahl getroffen ich sag ja das ist ja gut ich sag dir der vom motor fix der ist echt gut nur empfehlen kann ich nur empfehlen geht da hin das ist echt gut ach hier ist ein feuerzeug gut das ist das blaue ich kann euch nur raten motor fix in reichenberg das ist gute werkstatt und verkauft auf gebrauchte fahrzeuge quatsch und sowas dann wünsche ich doch alle ein schönes langes oster wochenende vor ostern schöne osterzeit und morgen ist der karfreitag schönen karfreitag da ist der jesus gekreuzigt das ist der allerhöchste freitag von den krästen und morgen sagt man auch super auch das englische wort für auto K K Freitag das englische wort für auto los Freitag dazu denn morgen fangen wir jetzt das tuning treffen wieder an ja K Freitag bei demnach ich hab so extra ich weiß nicht noch was es gibt aber damals war es die ganze Zeit immer da hat es extra an diesem tag hat es das K Freitag heißen und ich hab extra nur Autos Sendungen dran folgende guten ja dann wünsche ich doch ein schönes Oster Samstag ein Ostersonntag ein Ostermontag ein schönes langes wochenende und die Fähne haben schöne Fähne und die Urlauber haben schon Urlaub ich hab auch langes wochenende Dienstag dann hab ich Spätschicht dann nach einer Woche Hörschicht und dann eine Woche Urlaub haha da geht es zum Paris Schmalt just as over and out get over ciao just as over and out yes bye bye jetzt kann er noch sehen wo er sich gedreht habe der Brunnen ich find den cool hier der Brunnen schön schön der Brunnen dann hab ich gedreht weil sie sehen wollte wo ich gedreht habe da hab ich die Kamera drauf gemacht und da steht der King Ice bei mir ja yo ciao ciao goodbye and the Dolph number so so so